Ich habe ja gestern Abend schon erklärt, dass ich ein Video über das Thema Mao Zedong und den Kulturkampf 1966 in China machen möchte, weil mich ein Zuschauer darauf angesprochen hat und das schon vor einem halben Jahr und letztens noch einmal und jetzt schauen wir doch gleich einmal wie das Video bei euch ankommt. Ich habe jetzt zwei Sachen zu dem Thema. Einmal ein Video von YouTube. Das schauen wir uns jetzt dann miteinander an. Dauert bloß eine Minute 35 und hinterher habe ich dann noch so einen kleinen Artikel mir rausgeschrieben, der mir wichtig dazu erschien. Und jetzt schauen wir uns dann gleich einmal das Video an. Ist leider auf Englisch. Sorry. Okay. 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 Das war jetzt das Video, wo ich gefunden habe, wo ich meine, das passt dazu. Gibt es aber leider nur in Englisch. Ich habe überall rumgeschaut, ob es es auch auf Deutsch gibt, aber das Video gibt es leider nur in Englisch. Ich kann zwar miserabel Englisch, aber ich hoffe, ihr könnt besser Englisch. Jetzt habe ich auch recht. Und jetzt habe ich eben noch einen Artikel abgeschrieben per Hand, das Ganze hier. Und das lese ich jetzt einmal vor und könnte ja ganz interessant sein. Also, China, unser Mao Zedong 1949 bis 1966. Mao ist in die Geschichte als Begründer der chinesischen Volksrepublik eingegangen. Sorry, wegen meiner Sauglaue kann ich es ein bisschen schlecht lesen. Doch der große Vorsitzende war auch ein Diktator, der Millionen Chinesen den Tod und unzähliges Leid über das Reich der Mitte brachte. Der große Sprung nach vorne. Eine unerbittliche Industrialisierungskampagne, die in der großen Hungersnot der Menschheit endete. Die politarische Kulturrevolution von Mao verordnete Terror, der China ein Jahrzehnt lang ins Chaos stürzte und Millionen Chinesen zu Tätern und Opfern machte. Also, wir sehen daraus, der Mao Zedong, der war eigentlich sowas wie der Hitler bei uns in Deutschland. Also, ein ganz schlimmer Finger eigentlich. Weil Terror und so, dasselbe, das war auch die Art von Hitler. Also, man kann's schon so vergleichen. So was sollte es auf der Welt nie mehr geben. Also, solche Sachen soll es eigentlich auf der Welt nicht mehr geben. Aber immer wieder gibt es es irgendwo. Und das ist das Traurige. Ich verstehe nicht, wieso die Menschheit nicht lüger wird. Wenn es jemand versteht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Weil ich finde, die Menschheit wird immer blöder. Immer mehr Kriege um nichts. Warum haben wir Flüchtlinge. Weil es Kriege gibt in den Ländern. Wenn die Menschheit aufhören wird mit den Kriegen, dann wird es keine Flüchtlinge geben. Da könnte jeder friedlich in seinem Land wohnen. Aber so einfach, wie ich es jetzt sage, ist es leider nicht. Und darum sage ich da auch nicht mehr dazu. Das war jetzt halt meine Meinung dazu, dass ich sowas schlimm finde. Dass es sowas gegeben hat und manche Länder anscheinend auch noch gibt, so viele ich mitkriege. Ich kriege das ja so am Rand mit. Ich habe schon ewig noch mehr im Fernsehen geschaut. Aber manches kriege ich noch mit. Ich finde sowas unbegreiflich, wie man sowas machen kann. Naja, das war es jetzt auch schon. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ihr könnt mich wie immer abonnieren und mir in Twitter und Instagram folgen. Facebook habe ich noch nicht. Das klappt noch nicht. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen Sonntag und einen guten Start in die erste Arbeits- und Schulwoche. Also die erste Arbeits- und Schulwoche 2007. Morgen jetzt los. Habe die Ehre. Wir sehen uns. Das war's sagen! We dell float los j Saci und QR-Select Als der bola Unions公共 Das war's. Ihr seid.